Hallo und schön, dass du wieder dabei bist, wenn du neu bist. Ein herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es ums Körperbewusstsein, Körpergedächtnis, Embodiment und wie können wir es schaffen, reguliertere Zustände sowohl mental als auch körperlich zu erschaffen. Integration unserer seelischen Wunden, Trauma-Integration. Unser Körper ist Spiegel unserer Seele, die Psyche leidet, wenn es dem Körper schlecht geht. Aber umgekehrt, ja, ist es ebenso. Wenn es dem Körper schlecht geht, dann leidet auch unsere Seele, unsere Psyche. Trotzdem brauchen wir noch mehr Wissen und Tools bzw. Integrationsmethoden, wie wir den Körper noch mehr in den Heilungsprozess mit einbeziehen können. Wie wirkt der Körper im Zusammenhang mit unseren Nervenzuständen? Ja, ganz wichtige Frage. Der Körper muss im Therapeutischen, im Bewusstseins und im Selbstheilungsprozess mit einbezogen werden. Und hier sage ich ganz bewusst muss. Wir alle sind Körperwesen. Ja, wir erleben und erfahren uns über unseren Körper. Und unser Körper ist von Anfang an dabei. Er hat alles mitbekommen, was uns passiert ist. Embodiment kann helfen, zu einem gesünderen Umgang mit unserer Einheit, ja, in die Einheit zu finden, damit umzugehen. Ja, es geht beim Embodiment nicht darum, negative Emotionen abzuschalten. Und vielmehr ist im Embodiment eine Möglichkeit, vertrauter mit dem eigenen Körper zu werden, die individuellen Signale zu kennen und aktiv zur Selbstregulation diese dann einsetzen zu können. Wie ist dein heutiger Zugang zu deinem Körper? Spürst du was im Körper, was da so vor sich geht? Oder verneinst du ihn oft? Unterdrückst du ihn? Oder spürst du ihn nur, wenn da was zieht und ja, du eine Krankheit hast? Wir leben in einer Zeit, die zur Körper-Geist-Trennung beiträgt bzw. beitragen hat, ja. Die Philosophie, ich denke, also bin ich, in dem sich unser Sein allein auf den Geist und das Denken bezieht, ja, nicht aber auf den Körper, spielt dabei eine große Rolle. Aber könntest du dir vorstellen, mit deinem Körper Lösungen für deine heutigen Probleme zu finden? Zum Beispiel, wie fühlt sich dein Körper an in Gegenwart einer Situation eines Menschen, ja, in Bezug auf, ja, deinem Körper, was ist da los? Dass du da die Antwort findest in deinem Körperbewusstsein, um dann Regulation und Verbindung und Heilung zu schaffen. Verstehe mich bitte nicht falsch, mentalisieren, fokussieren, reflektieren, das ist alles wichtig, auch therapeutisch. Aber missachten wir unseren Körper, dann geht uns der wichtigste Impulsgeber tatsächlich verloren. Besonders müssen wir dann eben auch unseren körperlichen Automatismen Beachtung schenken, weil diese uns beherrschen, ja, und uns niederschmettern können. Trauma hat eingeübte Automatismen geschaffen. Embodiment erfordert die Bereitschaft, die Kontrolle über uns loszulassen und das weitgehend, ja, Unbekannte anzunehmen. Embodiment meint, dass das Bewusstsein einen Körper benötigt, also eine physische Interaktion voraussetzt. Diese Auffassung ist der klassischen Interpretation des Bewusstseins entgegengesetzt und wird als grundlegende Wende in der Kognitionswissenschaft angesehen. Du weißt es selbst, bei Dauerstress eben auch aus Gründen von seelisch bedingten Stress können sich dadurch auch körperliche Symptome entwickeln, die durch stressbedingte entzündliche Prozesse dann begünstigt werden. Hier geht eben die Medizin leider noch nicht ganzheitlich darauf ein. Erkenntnisse dahingehend, was Körperverbindung, Körpergedächtnis bedeutet, könnten Menschen helfen, die über Schmerzen klagen, ja, bei den Ärzten, aber keine physische Ursache gefunden wird. Und das ist nicht selten. Gegenwärtige Stresserfahrungen, Burnout, übermäßige Ängste, die wir nicht mehr regulieren können, sind häufig ein Resultat aus frühkindlichen Entwicklungs- bzw. Bindungstraumata. Die in der Kindheit antrainierten Schutzmechanismen oder auch körperliche Automatismen, die notwendig waren, um bestimmte Situationen zu bewältigen, sind im Erwachsenenalter total hinderlich, weil sie Ausmaße erreichen, die den eben genannten unverhältnismäßigen Stress erzeugen. Und oft ist es nicht bewusst. Unsere Erinnerungen, angefangen bei den frühesten Erlebnissen und Eindrücken bis hin zu den Empfindungen aus unserer Embryonalzeit, sind alle in unserem Körper gespeichert und können somit erneut heute angetriggert und in Erinnerung gebracht werden und erzeugen dann somit diesen eben genannten Stress. Das Fatale, häufig berichten Menschen sogar von einer schönen Kindheit. Doch die seelischen und körperlichen Symptome sprechen eine andere Sprache. Und unser Körper ist ja der Repräsentant und auch Namensgeber für unsere emotionalen Zustände. Ich fühle mich bedrückt, ja, oder mir fällt ein Stein von der Brust oder mein Herz wird mir schwer, bei Liebeskummer zum Beispiel. Oder mir sitzt etwas im Nacken, ja, dann buckelt man ständig, vielleicht vor dem Chef. Oder man ist ängstlich, die Luft bleibt einem weg. Das ist sozusagen ganz deutlicher seelisch und physisch benannter Schmerz. Oft wollen wir dann etwas dagegen tun, ja, wir nehmen die Botschaften nicht ernst, ja. Damit Seele und Körper schnell Ruhe geben, setzen wir etwas dagegen, ja, nehmen eine Tablette oder lenken uns ab. Manche setzen noch einen oben drauf und es wird extra noch dann zum Beispiel geraucht oder Alkohol getrunken, obwohl man diesen Stress hat. Das ist dann eine Art Selbstverletzung. Anstatt auf den Körper zu hören, greifen dann die Scham- und Schulthemen und die Selbstgeiselungen. Und das ist nicht selten übrigens. Schindludertreiben mit dem Körper, ja. Oder man isst sich einen Schutzpanzer an, weil körperliche Grenzen verletzt wurden bei sexueller Gewalt und Trauma zum Beispiel in der Vergangenheit. Und immer noch belächeln manche diese körperlichen, seelischen Botschaften und machen sich nicht bewusst, dass der Körper tatsächlich deutliche Signale senden könnte, die wichtig sind. Gehen wir noch etwas zurück zum Körpergedächtnis. Das erklärt es noch etwas besser. Ein Nicht-Gesehen, ein Nicht-Gehört-Werden zum Beispiel, hoher Leistungsdruck, enge Werte oder Moralverstellung, Geheimnisse, Unterdrücktes im Familiensystem, Missachtung, Abwertung, körperliche und seelische Gewalt sind alles Faktoren, die die natürliche Entwicklung hemmen können und im Moment des Geschehens an körperliche Reaktionen gekoppelt sind. Ein Beispiel, du wurdest zum Beispiel stark abgelehnt oder es fehlte Zuneigung. Vielleicht hast du auch, ja, Gewalt erfahren. Dann begann sich dein Körper in den Momenten der Geschehnisse, der Entbehrungen zu verkrampfen. Dir stockte der Atem. Du hast dich vielleicht auch körperlich abgeschalten. Du wolltest es nicht spüren. Du hast dich weggeträumt. Du fühltest dich hilflos in der Situation des Abgelehntwerdens. Nachts hattest du gezittert vor Angst. Hier entsteht eine körperliche Kopplung. Da du dich nie aus dieser Energie befreit hast, dein Leben sozusagen mit diesen Erfahrungen seinen Lauf genommen hat, ist diese Energie in deinem System im Körper auch abgespeichert. Diese können heute unterbewusst immer noch für einen hohen Stresslevel, Ängste, psychisches Leid in dir sorgen. Tatsächlich, wir unterschätzen die Ausmaße der in unserem Körper abgespeicherten Energien. Bewusst können wir selten auf diese zugreifen. Wir haben es nicht gelernt. Es sei denn, wir verstehen mehr und mehr unsere Geschichte. Die dazugehörenden seelischen Verletzungen, das Trauma, die heutigen Stress, Über- oder Unterregulationen, die dazugehörenden mentalen, mentale Sprache, aber auch Körperstresssignale. Der Körper bleibt, wenn ihm kein Ausweg und Regulation heute bleibt, auf die traumatisierende Situation und den Automatismen gefangen. Das sorgt für Überreaktion, Unterreaktion und wir werden aus dem Toleranzfenster katapultiert. Und wir schieben mental, körperlich extreme Prozesse an, also die Automatismen, die uns schwächen und krank machen. Unser System reguliert sich im Normalfall selbst. Doch hält der Körper, das ganze System, eine zu hohe Energie in sich gespeichert, also wie gerade erklärt, die alte Traumaspannung, dann ist der Mensch eben leicht triggerbar, er ist total anfällig. Dann potenzieren sich Stresshormone, dann reagieren wir nicht nur mental, sondern eben auch körperlich auf eine aktuelle Situation, Triggersituation. Und manchmal reagiert der Körper schneller als unser Gefühl. Das bedeutet, wenn wir das Beispiel mit der Gewalterfahrung nochmal hernehmen, der alte Schmerz zum Beispiel wird heute durch aktuelle Ereignisse angeschoben. Zum Beispiel in der Arbeit oder in der Beziehung, in der herausfordernden Situation, dann wirst du starr. Es stockt dir der Atem, du fühlst dich hilflos, der Nackenschmerz, weil du dich ducken musst, das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt, du bist angespannt, wieder zittrig, der Stoffwechsel verändert sich, im Magendarm rumort es. Und auf Dauer entsteht so vielleicht eine chronische Gastritis zum Beispiel. Der Körper repräsentiert Trauma nicht nur, er drückt es auch aus. Alles, was wir zeigen, wie wir uns bewegen oder was wir eben zurückhalten, was wir nicht zeigen, was wir verstecken, anhalten, was nicht in die Bewegung kommt, was nicht klar wahrgenommen wird, was blockiert, dient eigentlich dem Nicht-Ausdruck unseres Systems, unserer Schwingung. Das Schwierige ist eben, dass Menschen in der Therapie oft keinen sofortigen Bezug zum Körper herstellen können, weil es schmerzhaft ist, was er sagen will, was aber eigentlich endlich befreit werden will. Aber der unverarbeitete Stress von damals wird nicht entladen und das führt dazu, dass wir den Boden unter den Füßen verlieren, wenn wir nur mentalisieren in der Therapie, uns in Gedanken flüchten, keine Entscheidung treffen können, dann funktionieren, uns ständig im Kreis drehen, Bedürfnisse nicht mehr spüren, überreagieren oder unterreagieren und uns von unserem Körper wieder entfernen und ihn wieder abspalten, ruhig stellen wollen durch die bekannten destruktiven Abwehr- und Bewältigungsmechanismen, Essstörung, Sucht und wenn wir in der Therapie eben nur mentalisieren. Es kann sehr heilsam sein herauszufinden, dass etwas in unserem Körper abgespeichert ist, was uns auf etwas aufmerksam machen will heute. Als hätte Trauma Spuren hinterlassen, die wir lesen können. Und hier ist Körpertherapie, Embodiment auch ein wichtiger Aspekt. Und nun habe ich ein paar Tipps für dich, wie du mehr bewussten Umgang mit deinem Körper finden kannst, um positiver drauf zu kommen. Achte durch den Tag immer wieder auf deine Körperhaltung. Es wurde gezeigt, dass das Sitzen in einer zusammengesunkenen Haltung nach nur acht Minuten zu einem erhöhten Stresslevel und zu schlechter Laune führt. Hier koppelt dein Körper an Ängste und schlechte Gefühle an. Richte dich immer wieder bewusst auf, löse dich aus dem Buckeln. Nimm eine stolze Haltung ein und finde eine offene Haltung. Am besten zieh dabei auch die Mundwinkel sanft nach oben, als würdest du lächeln. Und das ist ja erwiesen, dass allein die muskuläre Bewegung eines Lächelns die Stimmung anhebt. Noch eine Embodiment-Übung. Deine Atmung findet ja im Körper statt und ist Ausdruck deines emotionalen Empfindens. Finde immer wieder zu deiner Atmung. Ja, Atmung ist Ausdruck deines emotionalen Empfindens. Über eine bewusste, tiefe Atmung kannst du sowohl auf deinen Körper, als auch auf deinen Geist Einfluss nehmen. Visualisiere in der Atmung, dass du dich, dein ganzer Körper sich ausdehnt. Atme zum Beispiel Licht und gute Gefühle ein und lass alles los, was du nicht mehr brauchst. In der Ausatmung kannst du auch körperlichen Stress ausatmen. Tauche gedanklich in verschiedene Gefühle ein und versetz dich mal in den Zustand zum Beispiel von Freude, Glücklichsein, Liebe, um dann die körperlichen Reaktionen wahrzunehmen, die mit den Gefühlen einhergehen. Zum Beispiel bei mir ist das Selbstbewusstsein und Zuversicht. Dann bedeutet das bei mir aufrichten, Schulter nach hinten, Kopf ein wenig nach oben und Mundwinkel nach oben ziehen. Und immer wenn ich dieses körperliche Gefühl und den mentalen Ausdruck gerade brauche, in einer Situation, wo ich geschwächt bin, bediene ich mich meines Körpers. Du kannst also jederzeit das Gefühl entstehen lassen, indem du deinen Körper in die entsprechende Haltung bringst. Körpererden, ganz existenzielle Übung oder auf den Bauch in stabile Seitenlage legen, das ist eine Übung für mehr Sicherheit im Alltag. Wir schützen unsere Weichteile und unser Gesicht. Oder wir gehen ins Auszittern, stampfen, ausschütteln des Körpers von aktueller Wut. Unsere Anspannungen ausstampfen, ausschütteln. Anspannungen kannst du auspfeifen, den Kiefer dabei lockern, seufzen. Das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Übung, um körperlichen Stress rauszulassen. Embodiment schenkt uns Konkurrenz. Ich fühle mich mehr als Einheit. Es kann mehr Sicherheit und Zuversicht, tiefere Verbindungen zu unserem Körper entstehen, wenn wir uns mehr kennenlernen, uns mehr den Körper bedienen. Diese verschiedenen Herangehensweisen, Tools, nicht nur Embodiment in der Körperarbeit, helfen uns, blockierte Emotionen auch körperlich zu lösen, um den Zugang zu unseren Ressourcen und unseren Potenzialen zu stärken. Das ist ganz wichtig in der Trauma-Integration. Und hier ist natürlich auch wichtig, dass du dir Begleitung dafür suchst. Ich freue mich, wenn ich dir heute Impulse geben konnte zum Thema Körper, Körperbewusstsein, Körper, Gedächtnis, Embodiment. Wenn du kommentieren möchtest, tu das gerne. Ich freue mich, deine Erfahrung mit deinem Körpergedächtnis. Und abonniere auch gerne meinen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Bis demnächst, sage ich, sei liebevoll mit dir, Annette. Vielen Dank.